Hallo meine Freunde, es ist auch wieder hier mit Final Fantasy VIII und das mit dieser kleinen Niederlage seit dem letzten Mal. Also, wir merken uns die Wunderlampe nicht benutzen. Noch nicht. Der Typ scheint zwar ziemlich stark zu sein, aber noch zu stark. Okay, ähm... Wo muss ich... Moment, da kann ich die Kamera rein. Kamera rein, Kamera rein, Kamera rein. Ähm, wir fragen erst mal wieder die Strahlenzeit. Und gucken, ob eventuell zu... Okay... Und ich würde mich auch nochmal umgucken, weil... Und dass es hier irgendwo einen Laden gibt, wo ich mir meine... Sachen mal... Testation... Nein... Hm... 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 Den, den, den... Ich... 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 Gut... Den, den... Den, den.... Den, den... Den, den... Und... Den, den, den... Oh mein... Hey Squad! Das ist mein Zimmer, niemand darf da rein. Das ist ein heiliger Raum. Das bin doch egal, ich bin zuerst wieder rein. Oh mein, du musst nicht bis in die Mitte des Raums zurückgehen. Wir gucken uns ein bisschen an. Okay, okay, okay. Gibt es hier irgendwo was? Alter Timer, mein ich. Echt. Alter Timper. Echt. Ähm. Hey. Obst, warum nicht. Momentisch rum. Äh. B-b-b-b-b-b-b. Moment, läuft mein Ton? Sekunde. Ja, mein Ton läuft. Weil ich Ton extra aufnehmen muss, wenn ich so aufnehme. Aber das ist mir auch egal. Ähm. Also meine Stimme muss ich extra aufnehmen. Nummer 23. Juhu. Ähm. Was bist du für einer? Mieh. Mieh. Jetzt meine Hände. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr so gut fangeln. Ich kann meinen Fisch angeln. Zum Zweifel. Ah, ja. Ist okay. Okay. Ist hier irgendwo was? Ist hier was? Hm. Ich möchte eigentlich mal ein Geschäft finden, wo ich irgendwie meine Waffen... hm. Ich muss auch lesen können. Warum ist das jetzt verschwommen? Und das ist ein Draupunkt. Hallo. Draupunkt. Draupunkt. Blitz gefunden. Ähm. Das ist weil er hat er sich ausgesucht. Das ist wahrscheinlich genug. Fünf Blitz erhalten. Und... Einer. Überfall bekommen. Oh. Okay. Okay. Räuber. Zähne. Zähne. Hm. Nicht genügend Items. Ach, ich muss... Aha. Ach so. Ich hab hier schon. Okay. Aha. Ich brauche ein Spinnennetz für. Ich brauche noch eine Fischflosse für. Und da brauche ich noch Schrauben für. Wasp. Und... Uh. Wie Compact suspects crime. And I think... Es macht zu über den Büchern, das kann man nicht sehen. S chiaro zu sein. Das sind scheiße. Das versammelt. Wo ansProchen kann man ja etwas übernüๆt. vieh... دة Vers Barnes &imir 11 things... Ich hoffe, ich habe mehr Männer. Ich habe einen Baden-Potter. Ich habe noch etwas über Nacht. Oh nein. 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 Sehr beruhigende Musik, finde ich. Okay. Wir müssen scheinbar nicht hier hin. Da haben wir... Da haben wir... Da haben wir... Entstanden. Da haben wir nicht... Entstanden. Ah ja. Die Regenbrand-Dorfuchse. Okay, hier müssen wir scheinbar doch nicht hin. Gut, jetzt kommt die Suche. Wo müssen wir überhaupt hin? Was ist da? Hä? Unter Wasser... Ein Dropper? Habe ich da gerade richtig? Die Dropper wiedergefunden. Cool. Äh... Squallup, glaube ich. Was ist denn? Wofür... 14... Wofür... Das war gut. Das war gut. Okay... Du... 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 Hm... 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 Uhhh.... Pfff... Juhu... Wir haben noch einmal 2000 Gile erhalten. Oh, 2000 Gold. Ich mein aber, das heißt auch Gil hier. Ich mein, ich meine, das ist doch die Währung in Fein und Fein. Du 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 du... Oh nein, was ist das? Ähm... Ja, ja, hier sind ja alle eigentlich in Warnung. Ähm... Kann ich die tauschen? Nee, kann ich nicht. Die kommt wahrscheinlich später noch. Gut... ähm... ja... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Das ist das Schöne an einem Blindnetzplay. Die Leute haben mir das irgendwo gesagt und ich weiß es jetzt trotzdem nicht, weil ich es vergessen habe. Äh, wir quatschen mal hier jemanden an. Schau... Moment, da steht Schau. Warum steht da? Lass mich durch. Warum steht da Schau? Ich will ein Quatschen. Äh, warum bin ich... Äh... Nein. Deswegen laufe ich lieber und mache ein paar Kämpfe um zu trainieren. Um das ganze hier etwas spannender zu gestalten. Aber wo ist irgendwoher muss ich hin? Wird mir das... Moment. Äh, mal die World Map. World Map. Karte. Toilet. Timper. Da muss ich hin. Hallo? Wo? Wow. Feuer und Analyse. Ich hab keine Analyse mehr. Wir brauchen mal ein bisschen Analyse-Kanalität. Könnte man halt so sagen. Wieder mal einmal. Ja, oder? Nein. So. Wir machen Analyse. So, dann machen wir die Blatt. Oh, reicht. Okay. Okay, das ist auch gesiebt. Sehr gut. Ähm. Ja. Besitz-AP für keine Items. Keine AP. Wow. Gut. Ähm. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wir gehen nochmal zurück zum Garten, weil ich keine Ahnung habe. Wohin ich muss. Ich hab euch gegen was da gesagt. Du 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 du. Oh. Der Druck ist schon wieder aktiv. Jetzt gehen wir den Hoppans. Druck auf wieder... ...druck auf wieder. Sehr gut. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hab keine Lust zu unterbrechen. Oh, netter Blickwinkel. Hm, die sind weg. Äh, aber... Ich muss doch wahrscheinlich hier irgendwie... Wenn die mir hier sagen, dass ich losgehen soll, muss ich doch hier irgendwie los? Naaah... Ich tippe mal von hier aus, muss ich tatsächlich irgendwie zu groß oder... Wann kann ich hier... Weiter, weiter, weiter. Ähm... Muss ich hier irgendwo anders hin? Ne. Hier wird noch nichts weiter. Wann bin ich noch mal zu dem Outtrip gegangen? Das war ganz woanders, aber das... ... kam hier auch nur da hin. Ooooooh... Das ist toll, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt. Das ist echt gut. Wenn man so... ... die festhängen Momente hat. Hm... Hm... Ne, da drüben ist ja... Ne... Hm... Hm, 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 hm... Wo ist? Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwo anders hin? Oh, wir verstecken uns. Oh, wir sind nicht mehr da. Und? Ähm... Ja... Ah... Ich hab grad gedacht, ich hab mich jetzt in der Ecke verrannt. Ich komm da nicht mehr raus. Huhu... Ähm... Ja... 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 Ich hab mal hier auch noch etwas anderes auf dieser Insel... Außer... ... ... ... ... ... ... ... ... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Irgendwann vergessen zu machen? Warte, ich gehe nicht drauf. Und... Ich bin Bomben. Wenn ich keine Zauberung habe. Und der letzte Schlag. Mist, ich kann es nicht mehr. Und zu sehen. Daradadalarak. Oh Irgendwann. Die Zauber았� sehr sperracht... Hmmm? Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm... NnnnnNnhh... Da ist ein Insel... Da ist das Meer... Da ist ein Kamm! Wuhu! So, von mir kam ein Blitzkram. Ich glaube, auch noch ein könnte... Stimmt bei jedem liegt nochmal ein bisschen wie Braun, ne? Ist aus Analyse. Was ich eben gehört habe... Das kann ich jetzt eigentlich mal bei jedem Zauber machen... ... mit Eis... ... mit einem klaren Eis drin... ... so... Eis... ... jetzt muss ich mal ein bisschen die Zauber aufhören... ... so... Eis... ... so... ... du kannst mir noch ein bisschen langer... ... mach eine Runde Eis Drone... ... Draw... Eis... ... Draw... Eis... ... Draw... Eis... ... Draw... Eis... ... Draw... ... Draw... ... Draw... ... Draw... Oh, der dort echt fliegt! Okay, das muss ich jetzt mal befreien. Was ist Fetch? Wow! Woh! Oh! Woh! Oh, das ist eine Fetch! Woah! Und, ich hab's mit dem Schiff! Und ja, bop-bop. Gut. Sehr gut. Eiskarte. Ah, wir lassen Karten spielen.